Willkommen zu den Idiocracy News. Heute gibt es mal wieder einige sehr interessante und wilde Geschichten aus den letzten Tagen und das zeigt wieder mal, wie der Titel schon sagt, wie nah wir dieser Filmfiktion sind, dass die Menschen einfach nicht mehr nachdenken, völlig verdummen und am Ende natürlich dadurch die ganze Gesellschaft irgendwie zugrunde geht. Naja, das gucken wir uns heute mal an. Es gibt einige interessante Themen, die ihr auch gerne nochmal etwas intensiver nachlesen solltet. Das erste Thema war hier mit der Journalistin Alexandra Vödel-Schmidt von der SZ und es war so, dass sie Plagiatvorwürfen ausgesetzt war und dann ging es im Internet schon los. Die einen haben sie als Opfer dargestellt, das ist ja nur eine Hitzkampagne. Die anderen haben dann eben voll drauf gehauen und natürlich auch völlig unter der Güterlinie irgendwelche Beleidigungen ihr an den Kopf geworfen und so weiter. Dann war es wohl so, wie die Geschichte jetzt genau war, weiß man erst dann später, wenn das Ganze aufgearbeitet ist, dass sie irgendwie einen Abschiedsbrief geschieben hätte und jeder dachte dann, sie hätte sich jetzt selber das Leben genommen. Die einen haben das bejubelt, was natürlich völlig unter der Gürtellinie ist und die anderen haben sie dann eben schon für tot erklärt, obwohl noch überhaupt nichts bekannt war und haben dann entsprechend anderen die Hetzjagd unterstellt und ihnen dann eben den Titel als Mörder angehängt, was natürlich genauso bescheuert ist. Am Ende kam raus, dass sie unter einer Brücke gefunden worden ist und schauen wir einfach mal, was da jetzt daraus wird. Aber an diesem Beispiel sieht man einfach mal wieder, dass die Menschen überhaupt nicht in der Lage sind, wirklich mal ein bisschen Abstand zu nehmen und vielleicht nicht direkt ihre Alkoholmeinung irgendwie raus zu grölen, um damit natürlich auch entsprechend solche Menschen jetzt nicht unbedingt noch Futter zu geben, also der Gegenseite natürlich auch zu zeigen, ihr seid ja wirklich Idioten und zum anderen natürlich auch gerade bei solchen Sachen erstmal abzuwarten. Was zeigen die Plagiatsvorwürfe? Ist das wirklich gerechtfertigt? Hat das überhaupt eine Auswirkung dann entsprechend auf den Beruf? Muss man da woanders noch hinschauen? Und genauso war es aber auch, wie gesagt, bei anderen Plagiatsvorwürfen, Alice Weidel und so weiter, es gab ja sehr viele da im Endeffekt, wo es andersrum natürlich genauso war. Da wurde von der SZ oder von eben diesen Journalisten dann auch draufgehauen und da ging es eigentlich andersrum ganz genauso. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, sie hat jetzt ihre eigene Medizin im Endeffekt bekommen und hat einfach mal gesehen, wie das so ist. Aber trotzdem, auch hier muss man sagen, ist es natürlich so, dass Sachen unter der Gürtellinie sich einfach nicht gehören. Aber am Ende sieht man eben auch an diesem Beispiel, dass man vielleicht in Zukunft gerade bei solchen Hetzjagden, egal ob es gegen rechts oder links ist, ein bisschen vorsichtiger vorgehen muss. Aber gut, schauen wir uns mal an, dass das Ganze dann eben auch am Ende irgendwie von Nios oder irgendwelchen Leuten dann bezahlt wurde. Die Plagiatsuntersuchung, das ist ja auch völlig egal eigentlich, weil auf der anderen Seite wurden die gegen Alice Weidel und so weiter eben wahrscheinlich auch von linker Seite bezahlt. Da hat man dann eben auch die unbekannten Plagiatsjäger im Endeffekt und möchte sie dann nicht zeigen, komischerweise. Gut, warten wir ab, haken wir das Thema erstmal ab und gucken mal, was noch wirklich draus wird. Als zweites Thema, ganz interessant, hier unsere Innenministerin Nancy Faeser, wieder mal, wir gedenken der Opfer des Nationalsozialismus, wir stehen für Demokratie und Pluralismus. Was das bedeutet, am Ende haben wir ja schon gesehen. Es bedeutet am Ende, wir unterstützen im Endeffekt Vereine, Stiftungen, die sich gegen rechts einsetzen, nicht für die Demokratie, weil Linksradikalismus oder Islamismus spielt da eigentlich keine Rolle und wir treten Hass und Hetze entschlossen entgegen. Wir bekämpfen Antisemitismus. Ja, wie bekämpft man den Antisemitismus? Indem man den Antisemitismus natürlich nicht bekämpft, wenn er von der richtigen Seite im Endeffekt kommt oder von Menschen, die eben jetzt nicht als Nazis betitelt werden können. Und das sind natürlich solche Sachen, egal ob es jetzt die Pro-Palästinenser-Demos sind oder hier zum Beispiel die Veranstaltung in Berlin, die abgebrochen werden musste, wo eben Judenhasser, ja, von palästinensischer Seite hier eben eine Lesung gestört haben, wo es um das Thema ging. Und da muss man ganz klar sagen, komischerweise, wenn man sich den Text durchliest, da wurden Gespräche angeboten, die durften also sagen, was sie zu sagen haben. Da möchte man den Leuten irgendwie zuhören, obwohl die das gar nicht wollten, sondern die haben einfach nur weiter irgendwelche faschistische Parolen eben gegrölt und so weiter. Und ja, da sieht man aber mal wieder, dass es irgendwie ganz komisch ist. Der einen Seite bietet man Gespräche an, obwohl sie sich rassistisch, antisemitisch und so weiter äußern. Da ist das alles völlig in Ordnung. Aber bei irgendwelchen Leuten, die, ja, selbst wenn sie der CDU angehören, ein bisschen recht sind, das Ganze eben überhaupt nicht mehr der Fall ist. Da schauen wir natürlich hier in die Doppelstandard-Falle. Weiter geht es hier mit entsprechend, ja, von Kellermann hier einige Aussagen und auch von anderen, die da in die gleiche Presche schlagen. Die Taz hat einen Artikel veröffentlicht und darum ging es dann hier, dass man eben, ja, die Wahrheit hilft nichts mehr gegen die AfD im Endeffekt und man sollte quasi im Endeffekt irgendwelche anderen Taktiken benutzen, vielleicht auch Lügen und so. Die journalistischen Standards vielleicht nicht mehr ganz so eng sehen. Wenn man sich den ganzen Artikel durchliest, ist es jetzt auch nicht so schlimm, wie die Überschrift und einige Kommentare vermuten lassen. Ja, also natürlich muss man, wenn man irgendwie nicht mehr mit Fakten weiterkommt, auch was anderes machen. Das sehe ich selber. Wenn ich Faktenvideos mache über Scharlatane und den Leuten erzähle, ey hier, der Bioscan oder dies oder das funktioniert einfach nicht, weil Fakten auf den Tisch liegen, verstehen es die Menschen trotzdem nicht. Das muss man eben ganz klar sehen. Aber es ist ja auch leider so, ja, dass eben Fakten überhaupt gar keine Rolle spielen bei der Taz oder bei diesen Journalisten, Volksverpetzer und so weiter, die jetzt, glaube ich, den Artikel geschrieben haben. Da spielen Fakten keine Rolle, sondern es geht einfach nur auf Emotionen und das werden wir in dem nächsten Video auch nochmal sehen. Denn es gibt einen sehr interessanten Beitrag oder Aufarbeitung von der entsprechenden Zweckentfremdung des Antifaschismus im Endeffekt, gerade um die Mauerwende herum, wo die Politik den Antifaschismus genutzt hat, um eigene Interessen durchzusetzen. Da schauen wir nochmal genauer hin. Aber interessant ist auch immer, dass dann eben ihr Kellermann und Co. diesen Artikel auch gar nicht wirklich lesen können und dann eben einfach sagen, lügt einfach, was die Balken biegen. Und da kommen natürlich auch entsprechend Korrektiv und so ins Spiel, die natürlich ganz offensichtlich auch gelogen haben und damit natürlich auch entsprechend Stimmung machen und für die Regierung dann entsprechend die Propaganda betreiben. So, wie wäre es mit Faktenchecks in der eigenen Reihe? Das würde die Glaubwürdigkeit von diesen unabhängigen Stiftungen auch entsprechend ein bisschen befeuern, dass, wenn man eben auch mal hinguckt, okay, die Ampel, die Grünen, die labern vielleicht auch ein bisschen scheiße. Sowas kommt aber nicht vor. Und genau da sieht man, dass es eben eine einseitige Propaganda ist. Weil, wenn ich von der Regierung bezahlt werde, greife ich natürlich die Regierung nicht an. Das ist natürlich logisch. Wie wäre es, wenn man selbst nicht lügt? Ja, das macht sich selber unglaubwürdig und stellt sich dann eben als völlig uninkompetent dar. Wenn man selber Lügen verbreitet, beim Lügen erwischt wird, dann muss man sich nicht wundern, lieber Volksverpetzer, liebes Korrektiv und so weiter. Dann muss man sich nicht wundern, wenn entsprechend die Leute einem nicht glauben. Wie doof hält man denn die Leute, wenn man selber die Lügen verbreitet, nicht mal irgendwelche Fakten hinlegt und dann sich nachher beschwert und rumholt. Irgendwie funktioniert das nicht mit der Aufklärung. Ja, dann musst du eben selber bei dir erstmal anfangen. Dann klappt es vielleicht auch irgendwann mit der Glaubwürdigkeit. Ja, deshalb hört denen auch dann wahrscheinlich niemand mehr so zu. So, anders war es jetzt auch hier beim ÖRR, Blockwatch. Die haben jetzt auch mal die ganzen Interviews bei den Bauerprotesten untersucht. Und auch dort interessant, wo bei diesen ganzen Demos und so weiter jetzt sehr viele grünen Politiker, SPD-Politiker, linke Politiker zu finden waren, waren es bei den Bauerprotesten tatsächlich sehr viele CDU-Politiker. Was auch ganz interessant ist, denn natürlich muss man auch hier entsprechend die Politiker kennzeichnen, wenn man sie interviewt. Und dann eben nicht als Landwirt interviewen, sondern dann eben auch sagen, dass es vielleicht eine Parteizugehörigkeit gibt. Wobei man hier eventuell auch einen Unterschied machen sollte, weil tatsächlich diese Menschen natürlich finanziell und direkt betroffen sind und dann die Nachteile natürlich haben, die sie dort haben. Bei den Demos jetzt aktuell hat entsprechend niemand einen Nachteil, gerade akut. Und deshalb ist es natürlich auch richtig, dass man hier den Landwirt interviewt, als Landwirt, als Betroffenen und nicht als Mitglied des CDU-Finanzausschusses oder Sonstiges. Auf jeden Fall kann man hier entsprechend natürlich dann auch die Parteizugehörigkeit nennen. Das ist auch okay, aber spielt hier weniger eine Rolle. So, dann geht es eben zu Berichterstattungen, die auch immer ganz interessant sind aus den Öffentlich-Rechtlichen. Haben wir ja schon öfters gesehen. Es wird einfach geleugnet, dass es da draußen Probleme gibt. Auch hier entsprechend BR24. Messerangriffe werden oft von Migranten gemacht. Das ist ein Mythos. Das erzählen doch nur Rechte und so weiter und so fort. Es gibt keine Studien dazu. Na gut, schaut man in andere Länder und schaut sich dort die Studien und Untersuchungen an, die dann vielleicht ein bisschen genauer die Menschen dann aufdröseln, dann sieht man, dass es eben vornehmlich Migranten sind. Und ja, die Studien oder Zahlen in Deutschland haben das mittlerweile auch bestätigt, dass eben der größte Anteil hier, also 51 Prozent davon, nicht Deutsche sind. Und das ist natürlich anteilsmäßig dann eine deutlich höhere Absolutzahl. Und man muss natürlich auch noch bedenken, dass eventuell Menschen mit deutschem Pass, aber Migrationshintergrund, Doppelpass oder Sonstiges, dass die entsprechend hier dann zu den Deutschen gezählt werden oder wenn Nationalität gar nicht aufgenommen wurde oder ähnliches. Also hier sieht man einfach mal, dass man bei den Öffentlich-Rechtlichen so eine Ignoranz der ganzen Geschichte sieht. Auch interessant, dass man mit Flüchtlingsheimen eben sehr viel Geld machen kann. Das wurde jetzt hier in der Berliner Zeitung in einer Langzeitrecherche aufgedeckt. Millionengeschäft mit Flüchtlingsheimen in Brandenburg. Ja, das hörte sich ganz interessant an und das ist ein Artikel, den ihr wirklich mal lesen solltet. Denn da geht es so richtig schön ins Detail, wie man da einige Menschen, die eben Häuser zu vermieten hatten, verarscht hat und dann richtig viel Profit, einige Millionen, da eben zwölf Millionen hier insgesamt rausgezogen haben soll. Da sieht man mal einfach, dass das eben auch ein Geschäft ist, was man jetzt nutzt. Und man sieht es ja immer öfters, Neubauten werden irgendwie für Flüchtlinge dann eben gebaut. Und wenn du als Mensch, der eben irgendwie von Hartz IV hier lebt, als Deutscher, dann hast du da eben in der Regel keinen Anspruch drauf, weil du dann vielleicht keine Familie mit dabei hast oder sonstiges. Ganz wilde Geschichte. Schaut euch das hier mal an. So, auch ein interessanter Doppelstandard, wenn man ihn so nennen darf. Also hier wurde eben ganz klar gesagt, am 22.09., dass es eben hier richtig Alarm gibt. Die Asylhelfer schlagen Alarm. Die Betreuung ist nicht mehr möglich. Das sind einfach zu viele. Das kann man einfach nicht mehr stemmen. Komischerweise hier nach ein paar Monaten scheint alles wieder tutti frutti zu sein. Es gibt hier keine Panik vor Flüchtlingen und so weiter. Die Solidarität ist eben immer noch hoch und so weiter. Aber es ist trotzdem so, dass man hier keine Probleme damit hat im Endeffekt. So, und dementsprechend gibt es hier keine Überforderung in Herbertshausen. Aber irgendwie ein paar Monate später gab es eben in Herbertshausen doch diese Überforderung. Was sich da getan hat in der Zeit, ist natürlich eine Sache, die könnte man nochmal untersuchen. Ja, weiter geht's hier mit dem Karnevalzug in Duisburg. Fährt nicht mehr durch Marxloh. War auch ganz interessant, weil es eben da wohl im letzten Jahr oder in den letzten Jahren Übergriffe gab. Und jetzt haben die Zugteilnehmer eben gesagt, okay, wenn wir da nochmal durchfahren, dann nehmen wir nicht teil. Dann hat man die Strecke jetzt eben umgewandelt und hat sich am Ende tatsächlich dann eben rausgeredet, dass ja die Strecke bisher zu teuer war und man das deshalb gemacht hätte und so weiter. Also ganz interessant, dass man dann eben andere Begründungen findet. Obwohl man anscheinend hier 60 Jahre, ich weiß nicht, ob 60 Jahre die Strecke dann gefahren wurde, aber 60 Jahre lang irgendwie immer die Strecke fahren konnte und die trotz teuer nie umgewandelt wurde. Und man das jetzt eben gemacht hat, wo die anderen angedroht haben, Nö, wir machen dann nicht mehr mit. Also jetzt nochmal ein bisschen was Witziges zum Lachen im Endeffekt. Julian Reichelt hier. Seine Inhalte sind teilweise eben auch gerade von seinen Gästen nicht das, was ich jetzt bevorzugen würde. Aber diesen Take fand ich ganz witzig. David Schraben hier. Er ist der Gründer, Geschäftsführer von Korrektiv. Der hatte hier 2021 prophezeit, dass es eben allgemein bekannt ist, dass Julian Reichelt zu Zervus TV geht. Also auch wieder Fake News, die verbreitet werden. Mr. Faktencheck. Das fand ich dann ganz interessant, weil Julian Reichelt dann eben sein eigenes Ding im Endeffekt gemacht hat. Also hier sieht man auch Korrektiv und so weiter. Die verbreiten eben genauso viel Mist und Blödsinn wie andere Leute da draußen und sollten sich an die eigene Nase fassen. Auch ganz interessant und witzig hier, ob das jetzt alles hier, das war in der Status, kenne ich jetzt auch nicht. Das fand ich aber ganz interessant hier. Online Pranger geht schief. Antifa-Künstler kriegen teuren Datenmüll statt AfD-Infos. Und ja, was haben sie gemacht? Sie haben Fake Newsletter oder Fake Briefe verschickt an AfD-Mitgliedern, wo sie dazu aufgerufen haben, doch private Screenshots von Chats und so weiter hochzuladen, weil man eben vermutet, dass die AfD verboten wird und so weiter und man wollte dem zuvorkommen. Das heißt, sie wollten am Ende natürlich Beweise sammeln, dass da irgendwo Chat-Nachrichten gibt, die entsprechend der AfD schaden könnten. Wollten diese natürlich sammeln durch diese Fake-Briefe und dann eben nachher benutzen. Aber das Ganze ging wohl nach hinten los, weil die Leute das eben gemerkt haben und haben dann, statt eben irgendwelchen Chat-Nachrichten hochzuladen, alles Mögliche da hochgeladen, irgendwelche großen Videodateien und so weiter und so fort, was am Ende irgendwie, ich glaube, 500 Terabyte oder 1000 Terabyte an Datenmüll bedeutete. Und da man anscheinend bei Amazon Cloud Service dann eben für die Speicherkapazität bezahlt, also pro Gigabyte oder Terabyte, war das am Ende wohl eine ganz teure Rechnung hier, also zigtausende Euro, die man bezahlt hat und musste. Und dementsprechend ging diese ganze Fake-Aktion nach hinten los. Mal gucken, ob da noch was draus kommt, weil im Endeffekt ist es ja, keine Ahnung, Urkundenfälschung oder Betrug natürlich am Ende, wenn man unter falschen Namen dann entsprechend solche Briefe verschickt und dann natürlich auch den Briefkopf von eben AfD und so weiter benutzt. Fand ich auf jeden Fall eine interessante, witzige Sache. Bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall liest man davon eben auch nichts in irgendwelchen anderen Medien. Deshalb muss man dann eben auch mal auf hier schon fragwürdige Medien vielleicht zurückgreifen. Das war es auf jeden Fall zu den aktuellen News und wünsche euch dementsprechend viel Spaß in der neuen, interessanten, spannenden Gesellschaft heutzutage. Aber es ist gut, dass wir gegen rechts demonstrieren, denn die anderen Probleme können wir damit natürlich einfach ausblenden. Habt ihr Anregungen, Kritiken, wollt gerne mit mir diskutieren über verschiedene Themen. Wir können auch gerne noch mehr ins Detail gehen und Sachen angucken. Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Kommt auf Discord und könnt natürlich dann gerne eure Meinung dann dort vertreten beziehungsweise auch in ein Gespräch kommen, in die Sprachräume und dann können wir das gerne als Video eben auch aufbereiten. Das war es auf jeden Fall zu den Themen und viel Spaß.